...leiden und handeln sehr gefühlsbetont, ja, das hatten wir schon mal, oder? ...ziehen sich aber gerne in sich selbst zurück. Willenskraft. In der Dichte ihrer Untersuchung erkennt man ihre Strebsamkeit. Ja, immer ehrgeizig. ...leiden und schütze, Feel it in... ...tee, out. ...turn, turn. ...shout, shout. ...rug, rug. ...rug, rug, rug. ...rug, rug, 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 rug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020